5.02 noch durch die Regelpflege. Die Fäkalien aus den Toiletten des ICE werden abgepumpt. Die Vakuum-Zapfanlage erinnert an die Betankung in der Formel 1. Und genau so schnell geht es auch. Innerhalb von einer Minute werden bis zu 2000 Liter abgesaugt und auf dem Bahngelände entsorgt. Gleichzeitig wird der ICE mit Frischwasser betankt. 1000 Liter kommen in jeden Wagen. 8000 Liter für den gesamten ICE. Wasserdruckbetankung in 20 Sekunden.